Ich verwende sehr gerne Zotero, ein Literaturverwaltungsprogramm für das wissenschaftliche Arbeiten. Mit Zotero kann ich wissenschaftliche Quellen sammeln und organisieren. Ich kann bibliografische Daten wie Ort, Jahreszahl oder Verlag automatisch ermitteln und am Ende ein Literaturverzeichnis per Mausklick erstellen, um es dann in die Textverarbeitung zu kopieren. Also Zotero hält mir den Rücken frei, um mich ganz auf den Inhalt und die Sprache meiner Arbeit konzentrieren zu können und mich nicht aufzuhalten mit dem Sammeln von bibliografischen Daten oder dem händischen Erstellen von Literaturverzeichnissen. Zotero kann von Lehrern und Lehrern immer dann verwendet werden, wenn sie da selbst wissenschaftlich arbeiten oder das wissenschaftliche Arbeiten ihren Schülern und Schülerinnen beibringen, mit dem Rahmen der vorwissenschaftlichen Arbeit. Digital unterstützt, wissenschaftlich zu arbeiten, ist an Hochschulen gang und gäbe. Aber anstatt Zeit zu verwenden, um händische Literaturverzeichnisse zu erstellen, sollte man lieber Quellen von der Zuverlässigkeit hin überprüfen oder am Inhalt oder an der Sprache des Textes arbeiten. Zotero schaufelt für diese wichtigen Inhalte einfach die Zeit frei. Um Zotero effizient zu nutzen, sollte man sich vorher mit den grundlegenden Funktionen des Programms auseinandersetzen und diese im Trockentraining durchspielen. Dazu gehören das Hinzufügen einer wissenschaftlichen Quelle in Zotero, das Organisieren und Sammeln mittels Ordnern und Tags, das Bearbeiten von bibliografischen Daten und das Exportieren eines Literaturverzeichnisses. Zunächst zum Hinzufügen einer wissenschaftlichen Quelle. Am einfachsten ist es, mit dem Zotero Browser Plugin aus dem Katalog einer Bibliothek, in dem das Buch aufgelistet ist, die bibliografischen Daten direkt zu übernehmen. Sobald auf einer Website solche Daten zu finden sind, erscheint in der rechten oberen Ecke der Adresszeile ein kleines Symbol. Ein Klick darauf kopiert die bibliografischen Daten direkt in Zotero. Dort kann die neu hinzugefügte Quelle angezeigt und auf Vollständigkeit überprüft werden. Wenn notwendig, können alle bibliografischen Daten bearbeitet und ausgebessert werden. Um den Überblick über unterschiedliche laufende Projekte und Publikationen zu behalten, sollten die wissenschaftlichen Quellen mittels Ordnern und Tags organisiert werden. Einen Ordner erstellt man einfach per Mausklick mit der rechten Maustaste. Und die betreffenden Quellen werden dann einfach dort hineingezogen. Übrigens, eine einmal in Zotero erfasste Quelle kann in unzähligen Projekten und damit Ordnern verwendet werden. Sind alle Quellen mit den bibliografischen Daten erfasst, kann per Mausklick automatisiert Literaturverzeichnis im gewünschten Zitierstil erzeugt werden. Ich empfehle, das Verzeichnis in die Zwischenablage zu kopieren und direkt von dort in die Textverarbeitung an das Ende des Textes einzufügen. Viel Spaß und Erfolg mit der Nutzung von Zotero. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020